Hallo und herzlich willkommen hier zu Thalos 2. Es geht weiter hier. Ja Leute, wir sind jetzt bereits bei Level 5 und schauen mal wie das heißt, weil ja der Titel oft uns einen Tipp gibt, um was es hier in dem Level geht, wie es zu lösen ist. Balance der Kräfte. Okay, also irgendwie müssen die sich balancieren. Wir haben hier einen Ventilator, der uns hier hinterbläst. Wenn wir da hinten sind, dann sind wir da hinten und kommen nicht weiter. Okay, macht Sinn, oder? Äh, ne, ich weiß. So, wir haben hier einen Akku, also einen Farbspeicher. Da ist blau, um hier reinzukommen, müssen wir blau öffnen können. So, was ist denn hier? Da ist ein Würfel. Das ist ein violettes Feld, da können wir durch. Hier ist eine blaue Energiequelle. Ja, gut, der blaue Schalter, das Kabel zeigt an, dass natürlich hier das Tor öffnet. Und hier haben wir einen Baum stehen. Schön. Ja, nice. So, ja, jetzt können wir leider die Energiequelle einfach hier reintragen und das Level ist beendet. Ne, das geht nicht. Was wir schon mal machen können, wir können die Energiequelle oder das Akku, den Akku aufladen. Auf blau. Weil das geht ja durch das Feld durch hier. So, haben wir das. Jetzt ist das Problem hier natürlich, ja, man wird hier, also das tut hier natürlich aufmachen. Wir können den Ventilator benutzen. Allerdings, wenn wir drüben sind, dann sind wir drüben, ne? Jetzt, glaube ich, dass der Würfel die Vorkehrung ist, dass man da wieder zurückqueme. Weil man kann sich ja zurücksetzen, aber das will ich eigentlich nicht machen. Jetzt ist die Frage, ja, am besten mit Würfel rüber. Ich denke, dass der Schalter da drüben dasselbe macht wie der Schalter. Weil, um ganz sicher zu gehen, können wir mal den Akku da draufstellen und den Würfel nehmen und den da draufstellen. So, und wenn wir jetzt den Akku wegnehmen, ja, ist offen, bleibt offen. Man hätte sich jetzt einfach hier, aber wir hätten hier ja Zeit, den Leiter, um zurückzukehren. Das wäre jetzt nicht das Problem, aber das habe ich ja nicht gesehen, dass da eine Leiter ist. Doch, man hätte, ja, wenn man genau hingeguckt hätte, hätten wir es gesehen. Und der Ventilator, der geht ja nicht, für was? Ah, doch, der geht dann, wenn ich hier auf, wenn ich den aktiviere. Ah, und ich sehe, für was das ist. Hier wird wieder hergegangen und das Ding immer hin und her geworfen. Also, wir müssen dann die Kiste draufstellen. Hier aktivieren und den da draufstellen auf die Kiste dann. Und dann wird er hin und her geschleudert. Und dazu müssen wir auch hier Verbindung schon herstellen. Das kennen wir schon, aus Talus 1 hat man mal sowas ähnliches. Bei manchen Sternen haben wir sowas als gebraucht. So, abladen. Ja, ich habe recht, richtig geraten. Allerdings will ich das jetzt noch nicht anhaben. Dann haben wir da ein Problem. Wir müssen erst mal das hier draufstellen. So, wir hätten jetzt ein Problem, da wieder rauszukommen. Aber das wird gleich ja über die Leiter uns... Und jetzt haben wir einen Fehler gemacht, ne? Ja, der Zuschauer hat es gemerkt. Der Lego hat die falsche Taste gedrückt. Denn Lego muss das Ding mit der rechten Maustaste aufnehmen. Also nochmal zurück zum Mitschreiben. So, und jetzt rechte Maustaste, damit die Verbindung erhalten bleiben. Und jetzt hier draufstellen. Ja, und jetzt, so wie ich es mir gedacht habe. Das Ding wird hin und her geschleudert hier. Und ja, so hat es hier... Kommt es mit der Mauer und ja. Das ist die Balance der Kräfte hier, ne? Also, die Windventilatoren sind genauso stark und deswegen Balance. So, leider, zack. Mein, es ist kein großartiges Hintern ist jetzt hier gewesen, da reinzukommen. So, und jetzt, Sattler, können wir hier rum und können da hin. Yo. Sehr schön. Das ist wirklich, kind of, exzellent. Ja, danke, danke, danke. Okay. Es ist irgendwie faszinierend, dass den Entwicklern wieder was Neues eingefallen ist, was man hier als Tools benutzen kann, ne? Also, ich meine, gut, die Prismen, die Kisten, das ist ein alter Hut. Die Ventilator, das ist ein alter Hut, klar, die Knöpfe ist ein alter Hut. Die kannst du aber auch nicht wegnehmen, im Prinzip, ne? Aber jetzt diese Farbwechsler, diese Farbspeicher, äh, was gibt's noch? Ja, die Umkehrer, ne? Und diese RGB-Umwandler, äh, es ist enorm, was die da wieder erfunden haben. Mein gut, auch die Störsender, die sind ja auch noch alt, aber ja, gut, äh, man kann nicht jedes Rad neu erfinden, ne? Das geht einfach nicht. Aber es ist wirklich wieder toll, oder auch mit den Doppelgänger-Funktionen, dass man den Körper wechseln kann, ist wesentlich besser wie diese Aufnahmefunktion. So, jetzt kratzt mir gerade mein Hals, Moment, mach mal kurz eine Pause. So, die Pause war jetzt ein bisschen länger für mich, aber, naja, was heißt, so lange war es auch nicht, aber... Hab noch dabei niesen müssen und, äh, wenn es jetzt gar nicht geht, muss ich mir mal die Nase putzen. Ja, und husten müsste ich auch mal was trinken, ne? Ich versuch das ja so weit wie möglich so zu machen, dass ihr da nicht davon gestört wird von meinen Niesern und so weiter und vom Trinken und so. Ja, ich mag das ja selber nicht, wenn einer in der Aufnahme Trinkgeräusche, Eschgeräusche macht. Also bei Streams, äh, zum Beispiel, das hasse ich total, wenn da einer isst. Aber das nennt man auch irgendwie, es gibt so eine Bezeichnung dafür, für das, was ich jetzt hier gerade meine. Ah, schau an mir, es gibt die grüne Emeterquelle hier. Das ist auch mal so was Neues. Hier haben wir RGB. Genau, Bohrer, das ist ja auch neu, diese Portal-Bohrer. Ich meine jetzt nicht so die Portal-Kanonen, wie man sie eigentlich kennt von Portal, ne? Hier haben wir eine violette Fläche hier. Ja gut, das heißt, wir kriegen die Batterie hier nicht aufgeladen, ne? Ne, kommen wir nicht ran. Also an den kommen wir überhaupt nicht ran. Was soll denn das hier dann für ein Käse? Hm. Hier haben wir die Batterie. Hier haben wir RGB-Dinger. Dann haben wir hier einen Knopf. Kann hier drauf springen. Was halt viel Sinn macht, weil man auch drauf laufen kann. Ja, aber ich kann den Akku nicht aufladen. Das funktioniert leider nicht. Also die grüne Quelle ist hier irgendwie Makulatur, würde ich sagen, ne? Vielleicht klickt man hier irgendwie was auf. Aber ich sehe jetzt eigentlich nicht, dass hier irgendwie vorunterfahren kann. Hm. Gut, dann stellen wir den mal hier auf den Knopf. Also wir könnten den mal auf blau aufladen. Aha, hast du gedacht? Geht leider nicht. Edge. Ja, es ist genau wie auf der Mauer. So, ähm, Problem. Problem, Problem, Problem. Äh, nee, es ist eigentlich kein Problem. Da muss ich halt mal wieder auf den Knopf stehen, dafür herhalten. Um den aufzuladen. So, jetzt kann ich ihn nehmen und kann hier blau drauf geben. Damit ich hier noch durchkomme. So, alles klar. Hier ist ein Knopf dahinter. Da ist ein Prisma. Äh, das ist noch ein Portalbohrer. Immer gucken. Hier gibt es ja besondere Flächen. Das gab es im Portal natürlich auch. Da konntest du auch nicht überall Wildportale natürlich machen. In manchen Leveln war das dann so begrenzt, dass wir da auch noch gewisse Flächen hat zum Portal machen. So, das wieder wieder lädt. Da haben wir den RGB-Umwandler. Da brauchen wir rot und blau. Hier haben wir noch einen Portalbohrer. Okay. Aber wird sogar hier durchgezogen, wenn man da vor dem Ding steht. Interessant. So, Prisma. Also hier wird man ganz einfach blau bekommen. Ne? Ja. Und dieser komische grüne Dinger da. Das heißt, Moment mal. Haben wir hier vielleicht die Möglichkeit? Ja, hier haben wir die Möglichkeit zu bohren. Allerdings. Müssen wir da dann erstmal rausschleusen. Ja gut, ich sehe schon, wie es geht. Wir stellen das Prisma hier drauf. Nehmen den Portalbohrer mit. Der Portal-Kanone. Ja gut, aber Bohrer passt eigentlich auch ganz gut. So, und dann können wir hier... ...aufmachen. So, ich denke mal... ...das ist nur dafür da. Na wobei... ...na, dass wir den Akku aufladen können, aber... ...hmmm... ...ne, nicht ganz. Wir haben jetzt das Problem. Wir haben blau. Wir haben... ...aber kein rot. Das bedeutet... ...wir müssen alles grün... ...und blau-rot... ...ääh... ...synthetisieren. Na, das heißt wahrscheinlich... ...ich muss den Akku aufladen... ...auf grün. So. Hier komme ich rum. Ja, das ist kein Thema. Also brauche ich das... ...hier nicht. Aber... ...ich habe das Problem... ...dass der hier auf dem Knopf... ...erst mal stehen bleiben muss. Ja, und das ist... ...ja, das wird halt halt mir zufallen. Beides ist kein Problem, oder? Ich kann ja hier hinstellen... ...kann mir hier blau holen. Ne, wobei... ...das brauchen wir da nicht mehr. Das wird ja dann grün. Ich muss nur schauen... ...dass ich... ...auf dem RGB-Umwandler... ...grün drauf bekomme. Weil das Blau haben wir ja schon. Gut, wir haben ja noch das Prisma. Ja, wozu habe ich denn dann das Prisma? Brauche ich das Prisma irgendwie? Ich weiß es nicht. Also hier soll auf jeden Fall rot ankommen. Blau können wir schon mal nehmen. Und ich bin halt der Meinung... ...dass wir von hier aus grün kriegen. Ah, doch, ich weiß. Und Blau müssen wir mit dem Prisma nämlich übertragen. Das ist das Problem. Warte mal. So, ich denke mal so. Ah ja, ne, es klappt nicht ganz. So. Okay. Äh, Problem ist... ...ich bekomme... ...ja, Moment mal. Na ja, ne, ich kann das jetzt hier nicht runternehmen. Äh, ich kann aber die grüne Quelle... ...warte mal. Wenn ich den nehme... ...dann stellt er... ...denn hier drauf. Ah, jetzt habe ich Fehler gemacht. Ja, manchmal vergisst man einfach... ...das wieder aufzunehmen, richtig. So, und jetzt hat er hier... ...ok... ...jetzt muss ich hergehen, muss das Blaue noch umlenken. Ich habe da aber eine Idee für. Wobei... ...das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Das wird wahrscheinlich funktionieren. Ah doch, es wird funktionieren, weil... ...ja... 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 ...so, jetzt tut sich das hier natürlich... ...ääh... ...erst mal beißen, aber das Problem lösen wir ihn jetzt. Äh... ...äh... ...äh... ...ja... ...ne, wir haben doch ein Weitausproblem. Hier schlägt er das Tor zu. Ne, das Problem haben wir gelöst, immer den hier... ...ja... ...ja... ...ich habe die Idee. So, zack. Äh... ...den löschen. Und jetzt holen wir das Grün. Da durchstellen. Jetzt holen wir das Grün. Zack. Grün. Jawoll. Grüne Lampe. Green Lantern. Ja. So. Okay. Nehmen wir. Warte mal. Wir können den gleich mitnehmen. Den können wir jetzt nicht als Briefbeschwerer benutzen hier. Damit wir hier wieder durchkommen. So. Jetzt haben wir das Problem gelöst. Jetzt müssen wir noch die Komponente auf den hier geben. Und schon haben wir das Thema erledigt. So. Ja, war doch eigentlich ganz einfach, ne? So. Ja, ich habe halt erst nicht gedacht. Ja, ähm. Aber okay. Was ist es jetzt? Warum hast du eine Bildung von deinem Hand? Hm? Warum interessiert ihr, dass meine Hand in der Bildung ist? Deine Hand ist nicht in der Bildung. Es ist die Bildung. Ich mag es. Es ist sehr... ...artistisch. Ach, ja. Ja. Let's stay professional, everyone. Genau. It's not right to make fun of Melville's comically absurd inability to take decent pictures. Ja, hm, natürlich. She's a hyper advanced humanoid machine, not a photographer. You'll pay for this, Byron. Okay. Wir haben hier was Neues. Interessante Entwurfselemente. Okay, die Hand. Ich erkenne hier einige interessante Entwurfselemente. Hm. Okay. Was soll das bringen? Oh, bitte keinen Schluck auf. Das kann ich jetzt nicht brauchen. Das wird dieses komische Gerät, wo man sich anschließen kann. Ich hab's ja damals so verglichen wie mit einem Interface-Kontrollstuhl von, ähm, ja, von, äh, Stargate Universe, ne? Ja, genau. Ja, so ähnlich wird es auch funktionieren, dass er da mit sich selbst ja ein bisschen, äh, mit so einer Welt konfrontiert wird. Und der mal, ja gut, ähm, naja. Wir werden sehen, was passiert. Ich will da eigentlich nicht mutmaßen. So. Dann haben wir das ja jetzt erledigt. Wenn, äh, das hab ich halt jetzt sofort gemerkt, dass ich natürlich mit dem Bismar hier das öffnen und halten kann hier, ne? Und dann haben wir damit kein Problem. Einzige war halt das hier, das war da, aber das hat sich ja auch erledigt. Weil man halt da was zum Beschwerden braucht. So. Okay. Immer diese Beschwerde-Einreicher hier. So, da wäre jetzt ein verlorenes Level. Äh, hier geht's nach sieben. Jetzt ist die Frage. Danke. Hier wäre auch ein verlorenes Level. Ob man die jetzt nicht sofort mal mitnehmen, bevor wir wieder ewig weit weg sind. Und sonst ist es nur wieder um die ganze Karrier rennen. Wobei, hier müssen wir auch schon das ganze Karrier rennen, aber ja. Wir nehmen jetzt mal, äh, die verlorenen Level mit hier. Irgendeiner bitte kill diesen Vogel, der hier so, weh, 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 weh. Sichtfeld, okay. Ja, gut. Wir wissen, dass wir hier viele Sichtfelder brauchen. Äh, so. Wir haben hier eine blaue Quelle, eine rote Quelle. Ja, also haben wir doch alles. Können wir schon wieder gehen, oder? Wir haben zwei Akkus. Dann haben wir hier, wie heißt es, der Umkehrer, also Farbumkehrer. Was haben wir noch? Wir haben hier rot und blau. Und hier auch rot und blau. Äh, toll. Was soll der Käse? Das ist doch bestimmt eine kleine Spielerei. Lassen wir mal gucken. Wir können von hier aus blau erreichen. Das geht. Das bedeutet, wir müssten rot irgendwie weiterleiten. Wir haben eine Farbumkehrung. Wenn wir die Batterien beide auf rot aufladen, dann dürfte das Problem gelöst sein. So, die Idee. Meow. Kann mich natürlich auch irren, aber ich denke, dass es so einfach ist. So nett, wie jetzt vielleicht ein anderer denkt hier. Ja. So. So. Weil. Das Problem ist einfach nur so, dass wir das sehr verbinden. Ja, und die Sichtfelder halt müssen wir beachten, ne? Äh, ja. Genau. Und er redet von Sichtfeldern, ja. So. Und jetzt darf sich die Strahlen ja wieder nicht kreuzen. Wir können jetzt zwar beide zum Beispiel anschließen. Aber hier blau und hier blau. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir das ziemlich mittig stellen, das Ganze. Mittig, ich bitte dich. Warte mal, das muss aber so rum. So, alles ist hell erleuchtet, jawoll. Ah, schön. Äh, Problem. Problem ist, das Blau und das Rote stört sich. Äh. Warte mal, kriegen wir das noch behoben? Ja, äh, das ist die Krux. Da hab ich jetzt halt gedacht, der ist ja easy. Leider nicht. Leider nicht. Äh. Ja. Das können wir aktivieren. Das ist, äh, einfach. Ey. Ah ja, jetzt ist hier offen. Ach, wir haben hier noch. Oh je. Okay. Moment mal, wir können hier hoch. Ah, I see. Okay. Moment. Oh, äh. 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 Ja, warte mal, wir müssen. Was hab ich jetzt hier für einen Quatsch gemacht? Moment. Moment. Der muss einfach mal woanders hingestellt werden. Weiter hier rüber. So, ich muss den noch ein bisschen weiter rausstellen, damit der noch Energie kriegt. Ja, das wär ja zu einfach gewesen sonst, ne? So, jetzt können wir mit dem das Ding hier aufrechterhalten von oben. So. So. Kein Problem. Und jetzt. Können wir den hier weiter rüber stellen. Ah, jetzt brauchen wir da noch rot. was Problem ist. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Den kann ich jetzt erstmal wegnehmen. Ja, der hat trotzdem noch Verbindung. Äh. Jetzt erstmal hier mal. Da drauf. Und können wir den noch mit drauf nehmen. Äh. Ja, leider geht das nicht ganz. Das geht auch nicht. Warte mal. Ah. Wir kriegen's. Warte mal. Ja, doch jetzt haben wir was. Ja, dass der nämlich auch noch Verbindung kriegt, weil wir das andere wegnehmen müssen. Warte mal. Schlägt hier jetzt nicht das Tor zu, wenn ich denn jetzt hier abkoppel? Ja, genau. Jetzt schlägt der nämlich zu. Äh. Aber der hätte doch von anderen ja die Energie weiter behalten können, oder? Warum funktioniert das nicht? Der bekommt doch von dem anderen jetzt hier die Energie weitergeleitet. Also rein vom Ding her. Sollte das so wie ich denke funktionieren, aber es ist egal. Wir kommen ja eh in das Ding ran. Hä? Ja, brauchen wir uns gar keine Gedanken mehr machen. So. Neuer Inhalt wieder verfügbar. Okay. Warum auch immer. Was auch immer. Äh. Social Media. Was ist neu? Meine Landwirtschaft sucht. Bitte was? Äh. Utas. Ähm. Ich spiele da immer wieder dieses alte Gehenna Spiel namens Asian Human Farmer. Wie der Titel schon sagt, ist eine Art Landwirtschaftssimulator. Vielleicht nicht gerade das durchdachteste Spiel, aber irgendwie süchtig machend. Und ich reagiere darauf seltsam emotional, was ich nicht ganz einordnen kann. Es macht mich gleichzeitig glücklich und traurig. Butas antwortet weiterhin. Hat jemand eine Idee, wieso mir das passiert? Dann meint Ovis da drauf. Das Spiel gefällt dir wegen des menschlichen Urtriebs, das sich mit der Natur zu vereinigen und ein Leben zu führen, das nicht darauf beruht, sie zu dominieren, sondern zu koexistieren. Du bist traurig, weil wir nicht das sein können, was wir vor tausenden, vor Jahren waren. Und glücklich, weil du glaubst, dass zumindest etwas ähnliches immer noch möglich ist. Ähm. Habe ich das jetzt verstanden? Äh. Ich weiß es nicht. Äh. Lübistros darauf dazu. Vielleicht, weil die Leute von Gehenna trotz ihrer Isolation einen unschuldigen Blick auf die Welt hatten, die für uns dauerhaft verloren ist. Darauf entgegnet Damien. Ich denke, das Gegenteil von dem, was Ovis sagt, ist der Fall. Diese Spiele machen deshalb Spaß, weil sie uns in eine Zeit zurückversetzen, in der wir Mittel hatten, Dinge zu bauen oder anzubauen, äh, oder anbauen konnten. Als wir in der Welt unseren Willen, äh, als wir der Welt unseren Willen aufzwingen konnten, ohne machtlos und inaktiv zu sein. Wonach wir uns sehnen, ist die Fähigkeit, auf reelle, materielle Weise, einen Beitrag für die Menschheit zu leisten. Du bist traurig, weil dir die Simulation nicht reicht. Du willst kein Bauer, sondern ein Pionier sein. Das, äh, wofür wir Menschen geboren wurden. Dann hier Pellegrino noch zum Schluss. Zerbricht ja bloß nicht den Kopf. Okay, ich stimme Obis zu. Ich stimme Damien zu. Pellegrino hat recht. Ich stimme Lepistos zu. Äh, 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 äh. Gut das dann wieder. Ich schätze, ich verstehe. Danke für das Feedback, Leute. Ich spiele jetzt noch eine Runde. Ja, viel Spaß dabei. Ich spiele hier noch ein bisschen Talos, ja? Wenn sie nichts dagegen haben. So, also wir haben das Löffel gelöst. So, jetzt haben wir noch ein paar Minuten, bis es wieder voll ist, ja? Dann können wir doch noch, äh, weiter machen. Also wir haben jetzt schon sieben Level gelöst. Jetzt zwar nicht die Nummer sieben, aber ja. So, ich gebe mal ein bisschen Gas hier wieder. Dann haben wir ja noch ein verlorenes Löffel. Ich glaube, jetzt sind wir wieder querfeldein. Gut, bis zum Wasser. Da muss ich mir natürlich wieder einen Überweg suchen, weil wir ja da nicht durchwarten können. Das ist leider so, dass das Wasser jetzt tiefer ist, wie gedacht, ne? So, ja, aber hier ist auch ein anderes verlorenes Level. Ah, da hinten haben wir, glaube ich, auch was gefunden gehabt. Ich glaube, so eine Flamme. Das war so eine Hüpferei da, wo ich dann das doch schneller geschafft habe, wie gedacht. Level 6. Hinter Level 6 müsste irgendwo das verlorene Level sein. Das wollen wir auch noch schnell lösen. Dann ist leider unsere Zeit schon wieder um. Was heißt schnell? Vielleicht ist es schnell, vielleicht müssen wir auch vertagen. So, das ist das verlorene Level. Wir haben hier so ein bisschen Vorbereiche, aber der interessiert nicht. Quersperre. Oh je. Wir haben den roten Empfänger. Wir haben eine blaue Quelle. Wir haben hier einen Durchgang. Wir haben einen Ventilator. Der fest installiert ist. Der uns hier wegbläst. Das heißt, wir kommen hier dann nicht weiter. Der hat ein Kabel. Es ist hier eine Y-Verbindung. Okay. Also das heißt, sobald der Ventilator aktiv ist und das Tor geöffnet ist. Äh, Quatsch. Sobald das Tor geöffnet wird, ist auch der Ventilator aktiviert und bläst uns hier weg. Und das ist schlecht. Da gibt es noch einen Knopf. Ich weiß nicht, was der Knopf macht. Hm. Ja, wir haben ja halt hier einen roten Empfänger. Achso, das ist ein Umkehrer. Äh. Ah, ich hab, ich weiß glaub wie es geht. Erstmal aufladen. So, jetzt tragen wir die Batterie hier hinter. So. Ich mein, ich brauch das eigentlich gar nicht groß eigentlich zu demonstrieren, was passiert. Ich tue jetzt erstmal hier das Setzen und zack. Wir könnten direkt auf die Quelle und dann würde der Ventilator angehen und würde uns sperren. Ne. Deswegen brauchen wir ja die Batterie. Und. So. Und machen das jetzt so. Und. Tack. Ja, der Ventilator geht an. Würde uns hier hindern, da hinten hinzukommen. Jetzt haben wir hier aber ein weiteres Problem. Wir haben hier einen Knopf. Ja. Das ist das Problem. Aber wie lösen wir das Problem? Sobald ich das wegnehme, ist nämlich die Sperre wieder aktiv hier. Ähm. Hm. Ich kann den Strahl ja nicht aussenden, dass er den anderen unterbricht, oder? Weil ich müsste da jetzt irgendwas draufstellen. Ja. Wie mache ich denn das? Ja. Wie mache ich denn das? Boah. Nee. Ha, 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 ha... Ich müsste den Strahligen unterbrechen können erst mal. Aber das geht nicht. Aber da tue ich mir das jetzt wieder zu schwer vorstellen. Es bringt uns halt nichts. Wenn wir das Ding hier mitnehmen, hier hinten, kommen wir nicht weiter. Ja, und wenn wir das jetzt hier verbinden, dann ist die Sache eh gegessen. So, hui, dann wird man hier weggeblasen. Ja, so schnell kann ich gar nicht reagieren. Das Problem ist halt einfach, nee, bringt uns ja nichts. Ja, mir ist die Sache ja schon klar, ne? Ich kann... Ich kann den nicht stören, das funktioniert nicht. Ich brauche halt was zum Beschweren. Das ist mein Problem. Ja, also wir lösen das Level nicht sehr schnell. Hm. Ja, ich habe zwar verstanden, worum es geht, aber ich kann... Ich komme halt jetzt nicht weiter, ne? Oder wartet mal, Leute. Ah, nee, ich habe die Idee. Das könnte funktionieren. Wir stellen das ziemlich weit hier rüber. Dabei, nee, das wird nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Nee, nee, nee. Ich kann den nämlich nicht wegnehmen. Ja. Gut, Leute. Dann mache ich mal kurz die Pause und finde erst noch mal raus, kurz vor Ende natürlich, wie das zu lösen ist. So, da wäre ich wieder. Also, die Sache ist eigentlich ganz einfach. Ja, sollte man nicht meinen, aber es ist halt gerade andersrum, wie gedacht. So, wir löschen den wieder. Den Speicher müssen den auf Rot aufladen. So, das heißt, wir müssen erst hergehen, den Farbumkehrer nehmen und das auf Rot aufladen. So. So, jetzt hat er. Jetzt darf ich was probieren. Jetzt, äh, zack, zack, zack. Genau, jetzt wird er nämlich gestört. So, wir nehmen jetzt hier das Ding und tun den jetzt hier drauf emittieren. So. Jetzt nehmen wir hier noch blau drauf und das drauf und verbinden das. Jetzt wird das Ding gestört, weil es zwei Inputs kriegt und dann weiß er nicht, wie er umkehren soll. Da wird er einfach gestört. So, und jetzt können wir nämlich hergehen, den hier wegnehmen und dann geht es für seinen Normallaufbau. Einen Input wird umgekehrt, Farbe Rot und schon haben wir hier frei. Ja, ich war da auf dem völlig falschen Weg, ja. Das heißt, völlig falsch war es nicht, aber ja, ich habe mich halt da entgegen gedacht. Ich habe gedacht, ja, schön, wir laden blau auf, stellen uns da hinten hin, aber ja, nee, dann kommst du nicht durchs Tor, ne. Und halt erst mal andersrum und den stören und dann fertig. So. Das war dann die Querstörung. So, das wäre jetzt auch geschafft, das Level hier. Ja, jetzt könnten wir den Turm schon betreten, wenn wir acht Level haben, aber ihr wisst, das ist für mich nicht genug. Super. Ich werde noch sieben und acht auf jeden Fall fertig machen und jetzt haben wir schon fast 40 Minuten, aber ich werde noch geschwind zu Level 7 laufen und danach die Folge beenden. So, das ist Level 7. So, was haben wir denn noch? RGBs. Ja, grün, blau, rot, blau, grün. Ah, tolles Kombination. Das wird was Größeres. Das können wir nicht mal soeben inzwischen Tür und Angel lösen hier. Also, ich sage wieder vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal, euer Lego. Bye, bye.